Zahnbra 1 Viertel Zeten sind eine beliebte Lassung F A 1 Viertel R fehlende Z A Ne, da sie nicht nur ästhetisch ansprechend sind, sondern auch die Funktion des Kauens und Sprechens verbessern kann ihn. Viele Menschen fragen sich jedoch, was eine Zahnbra 1 Viertel C K E kostet und ob sie sich diese leisten kann ihn. Eine Zahnbra 1 Viertel C K E besteht aus mehreren Teilen, darunter die eigentliche Bra 1 Viertel C K E, die die La 1 Viertel C K E zwischen den fehlenden Z A Ne Nähnen A 1 Viertel bei Bra 1 Viertel C K E und die Kronen, die auf den benachbarten Z A Nähnen platziert werden, um die Bra 1 Viertel C K E zu halten. Der Preis F A 1 Viertel R eine Zahnbra 1 Viertel C K E H N G T von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Anzahl der fehlenden Z A Ne, dem verwendeten Material und der Art der Bra 1 Viertel C K E. Eine traditionelle Zahnbra 1 Viertel C K E, die aus Porzellan oder Keramik gefertigt ist, kann je nach Anzahl der Z A N E zwischen 500 und 3000 Euro kosten. F A 1 Viertel R eine Zahnbra 1 Viertel C K E mit Implantaten, die eine dauerhaftere und stabilere Lassung darstellt, kann der Preis deutlicher her liegen, zwischen 3000 und 6000 Euro pro Zahn. Es ist wichtig zu beachten, dass die Kosten F A 1 Viertel R eine Zahnbra 1 Viertel C K E von Fall zu Fall variieren und von mehreren Faktoren abhangen. Zusätzlich zu den Kosten F A 1 Viertel R die eigentliche Bra 1 Viertel C K E ma 1 Viertel S N auch die Kosten F A 1 Viertel R die Voruntersuchungen, die Anästhesie, die Nachsorge und die eventuelle Anpassung der Bra 1 Viertel C K E bere 1 Viertel gesichtigt werden. Diese zusätzlichen Kosten kann in den Gesamtpreis einer Zahnbra 1 Viertel C K E um einige hundert bis tausend Euro A hin. Um die Kosten F A 1 Viertel R eine Zahnbra 1 Viertel C K E zu reduzieren, kann den Patienten in Erwagung ziehen, eine Zahnzusatzversicherung abzuschlieien. Diese Versicherung kann einen Teil der Kosten F A 1 Viertel R eine Zahnbra 1 Viertel C K E abdecken und somit die finanzielle Belastung F A 1 Viertel R den Patienten verringern. Es ist ratsam, verschiedene Angebote von Versicherungsunternehmen zu vergleichen, um die F A 1 Viertel R die individuellen Bäder 1 Viertler Fnisse am besten geeignete Versicherung zu finden. Es ist auch maglich, eine Zahnbra 1 Viertel C K E im Ausland anfertigen zu lassen, wo die Kosten in der Regel niedriger sind als in Deutschland. Viele Länder wie Ungarn, Polen oder die Ta 1 Viertler K E haben eine lange Tradition in der Zahnmedizin und kann ihnen qualitativ hochwertige Zahnbra 1 Viertel C K E zu einem erschwinglichen Preis anbieten. Es ist jedoch wichtig, sich vorab G A 1 Viertel endlich A 1 Viertel BER die auslahendischen Zahnkliniken zu informieren und sicherzustellen, dass sie den deutschen Standards entsprechen. Insgesamt sind die Kosten F A 1 Viertel R eine Zahnbra 1 Viertel C K E je nach Material, Anzahl der Z A Näh- und Standortvariabel. Es ist wichtig, sich vor der Behandlung umfassend zu informieren und Angebote von verschiedenen Zahnerärzten einzuholen, um die beste Lastung zu einem angemessenen Preis zu finden. Letztendlich ist es wichtig, nicht nur den finanziellen Aspekt, sondern auch die langfristigen Vorteile einer Zahnbra 1 Viertel C K E in Betracht zu ziehen, um die richtige Entscheidung F A 1 Viertel R die eigene Mundgesundheit zu treffen.